Seitdem Bellwohner die Wohnungen hier übernommen hat, also bei mir ist schon sehr viel passiert jetzt. Der Strom wurde gemacht, der Schimmel wurde behoben, die Balkontür wurde gemacht. Also bis jetzt so, dass das Große und Ganze wurde bis jetzt immer sehr schnell behoben und auch noch mehr. Also doch, ich kann schon sagen, ich bin zufrieden. Ja, dann, also wir Mieter, wir haben auf einmal einen Brief bekommen, dass wir ab dem 1.4. einen neuen Vermieter haben. Und dann waren zwei Männer hier, also zwei Leute, die sich als Vermieter ausgegeben haben. Die haben sich dann die ganzen Schäden notiert und dann hat es noch zwei, drei Wochen gedauert. Und dann haben die sofort angefangen, hier, also dann rief der eine an wegen den Türen und wegen dem Fenster. Und dann der andere, also es ist jetzt innerhalb von vier Wochen sehr viel passiert hier. Auch die Gartenanlage sieht sehr gepflegt aus. Ich sehe ja auch wirklich täglich irgendwelche Arbeiter, die in irgendwelchen Wohnungen rennen. Und wenn das alles behoben wird, dann könnte man eigentlich nichts Schlechtes mehr sagen. Oh, ich weiß nicht, dass er hier ist. Ja, ich weiß nicht, dass ich einfach nur das Weiter